Nun teilt das Auerbacher Schützenhaus das Schicksal vieler Kulturhäuser in den neuen Bundesländern. Es wird abgerissen. Besonders die Nachwendegeschichte des Hauses bewegt die Auerbacher und Vogtländer. Einer der Hochzeiten des Musentempels war die Zeit nach der Wiedervereinigung. Nur war diese sehr kurz. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Am frühen Morgen des 8. Oktober begannen die finalen Abrissarbeiten am Schützenhaus Auerbach. Damit endet die über 100-jährige Geschichte des markanten Gebäudes der Dreitürme-Stadt. Das Auerbacher Schützenhaus hat eine lange Tradition. Ursprünglich ging es aus dem alten Schankhallen-Gebäude der Schützengesellschaft hervor. Das brannte 1883 ab und in den beiden Folgejahren wurde das Schützenhaus an der neuen Falkensteiner Straße errichtet. Nach dem Krieg wurde die Schützengesellschaft aufgelöst und das Haus der Stadt übergeben, die es als Bergarbeiter-Clubhaus nutzte. 1965 wurde der Rat des Kreises Rechtsträger und unter dem neuen Namen Clubhaus der Werktätigen wurde es zum bedeutenden Kultur- und Musentempel, der die gesamte Bandbreite des Kulturlebens der DDR bot. Vor allem aber waren es die großen Tanzveranstaltungen, die den Kultstatus des Hauses begründen sollten. Das war im Clubhaus, das war ja oft gerammelt voll. Da sind sie oft mit einem Feuerwehrleiter ins Clubhaus reingestehen und da waren ja oft über 2,000 Menschen da drin. Also das Clubhaus, das war für uns ein absoluter Ort in Auerbach, den man nie vergisst. Das KDW präsentiert Livehaus Samstagabend Robb Robb made in GDR Zu DDR-Zeiten war es zusammen mit dem Neuberinhaus in Reichenbach das renommierteste Veranstaltungsobjekt im östlichen Vogtland. Und auch nach der Wende, wieder unter seinem ursprünglichen Namen Auerbacher Schützenhaus, hat es im Vogtland Veranstaltungsgeschichte geschrieben. Nach der Wende wollte die neu gegründete Schützengesellschaft das Gebäude zurück und die Betreibung des Hauses übernehmen. Alle Bemühungen scheiterten an der Ablehnung des Stadtrats. Nur noch ganze vier Jahre sollte das Haus nach der Wende unter verschiedenen Betreibungsmodellen, aber in Rechtsträgerschaft der Stadt existieren. Das Haus erlebte seine letzte Blüte. Ja, und 1991, 1991, das war eigentlich die schönste Zeit im Clubhaus für die Macher, weil man im Prinzip mal endlich alle Ideen, die man hatte und die gab es zuhauf, umsetzen konnte ohne Gängelei, ohne Vorschriften. Und das Publikum wiederum noch relativ genügsam, aber auch aufgeschlossen war. 1994 war dann Schluss. Weder kommunaler, noch privater, noch gemischter Betrieb konnten die Einrichtungen auf solide Füße stellen. Die Betriebskosten waren zu hoch, hieß es damals. Alle Interessenten sprangen im Laufe der Zeit wieder ab und als man sich in der Stadt, nachdem das Gebäude schon einige Zeit leer stand, zwecks Rettung, dann doch wieder der Schützen besann, war es zu spät. Das Haus verfiel immer mehr. Die Inneneinrichtung wurde mehrfach geplündert. Ein Engagement kam für die Schützengesellschaft unter diesen Umständen nun nicht mehr in Frage. Das Projekt Schützenhaus war für sie begraben. Schon im Jahre 2009 entschloss sich die Stadt Auerbach, das Gebäude abzureißen. Für viele Auerbacher der falsche Weg. Die Region braucht dringend so ein Haus, hieß es. Besucher und auch Künstler liefen Sturm, vergeblich. Um zu beweisen, wie schlecht es um das Gebäude stand, wurde der Auerbacher Bevölkerung in einer Vorortbegehung der desolate Zustand des Hauses vorgeführt. Für viele Besucher war das auch ein Abschied. Der Vorhang schloss sich. Mehrfach wurde der endgültige Abriss angekündigt und verschoben. Im August begann man mit der Entkernung des Gebäudes. Die Längenfelder Recycling und Abbruch GmbH erhielt den Zuschlag für rund 184.000 Euro. Zunächst begann man den rückwärtigen Teil des Objekts, sprich den Küchentrakt, abzureißen. Von innen her arbeitete man sich bis an die Außenwände, also die Front heran. Aus Sicherheitsgründen musste ein Teil des Fußweges und der Straße gesperrt werden. Kaum beachtet von der Öffentlichkeit, wurde am 8. Oktober der letzte Teil des Gebäudes abgerissen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 beim letzten Eroma Das wäre Vorsitzende Spiegel und der Regen um трöflich zu werden Manyak falta ins Honko der Krong selectiv Adventures in Instituc 2 Untertitelung des ZDF, 2020